Ja, jetzt habe ich seit ein paar Tagen meine Garnelen, die Art kenne ich nicht und das interessiert mich das auch nicht so arg. Es geht einfach darum, dass ich erstmal was drin habe. Ich habe da eigentlich immer noch vor, irgendwann die Krabben und die Schnecken zu holen. Garnelen werden 5 cm groß, das heißt, das sollte eigentlich klappen. Wenn ich gerade noch 1 cm groß bin, dann ist es schön gut besetzt. Fische werden jetzt nicht reinkommen, weil die wieder den Sand aufwirbeln werden. Die Pflanzen sind schon ein bisschen gewachsen. Technik läuft noch. Und die Garnelen verstecken sich sehr gerne in den Stein, was allerdings auch teilweise ein Nachteil in der Kirche ist, weil sie da nicht zu sehen sind. Ja. Und nochmal, dass ihr das ganze sehen könnt. Oh, das war es schon wieder.